Hi Leute, wir schauen uns heute mal zwei Anwendungen für das Details-Element in HTML an. Also einerseits werden wir hier diese FAQ-Seite bauen, das heißt man hat hier eine Liste von Fragen und wenn man da raufklickt, dann wird halt die Antwort eingeblendet. Man kann das natürlich auch jeweils wieder ausblenden, wie man möchte hier. Und dann gibt es noch diese schöne Animation hier, das werden wir mit CSS machen, und dass es auch vernünftig aussieht. Und eine andere Anwendung ist hier dieses Hamburger Menü hier, das heißt man kann hier oben links raufklicken und dann wird das Menü eingeblendet und dafür wird auch tatsächlich kein JavaScript benötigt hier. Das heißt, das werden wir alles mit HTML und CSS machen. Und wie das geht, schauen wir uns jetzt an. Okay, starten wir mal mit der FAQ-Seite. Da habe ich hier eine HTML geöffnet und die parallel hier geöffnet mit Live Server. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier Änderungen vornehme, zum Beispiel in meiner Überschrift hier, dann werden die automatisch hier rechts angezeigt in meinem Browser. Okay, so. Und jetzt die grundlegende Syntax hier für so ein Details-Element, das ist einfach Details, ja. In Visual Studio Code muss ich das einfach eingeben, dann Tab, und da wird mir ein Tag erstellt. Und jetzt kann ich hier drin noch ein Tag schreiben, Summary. Das ist dann die Zusammenfassung, ja, die immer angezeigt wird. Und der Rest wird nur angezeigt, wenn ich da draufklicke, ja. Der Rest wird dann ausgeklappt. So, das mache ich jetzt mal hier. Das heißt, jetzt hier sehe ich einen Text, Zusammenfassung. Links ist so ein Pfeil, der zeigt nach rechts. Und wenn ich jetzt draufklicke, dann wird der ganze Rest hier auch angezeigt, der diesem Details-Element drin ist. Und der Pfeil ändert sich da auch. Dabei muss beachtet werden, wie dieser Pfeil jetzt genau aussieht. Das hängt von dem jeweiligen Browser ab. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Und deswegen empfiehlt es sich auch, den tatsächlich auszublenden. Das werden wir auch gleich machen. Und dann das Ganze individueller zu stylen. Aber der Witz ist halt, dieses hier zeigen und verschwinden, das haben wir jetzt hier ohne JavaScript gemacht. Üblicherweise braucht man ja JavaScript, um HTML-Seiten interaktiv zu machen. Aber das ist nicht immer der Fall, wie man hier sieht. Also das geht hier auch mittlerweile in jedem Browser. So, und was man ja auch machen kann, zum Beispiel, ich kann jetzt hier einen Diff machen, das da reinpacken, dann kann ich das halt, alles, was hier drin ist, noch besser stylen. Also kann ich das noch ein bisschen besser von dieser Summary hier trennen. So, jetzt erstellen wir mal die ganzen Fragen. Dazu lösche ich das hier wieder. Und das ist eine unordered list, das heißt ul, Tab, ja, wird so ein Tag erstellt. Und jetzt kann ich hier Emmet benutzen, um es mir sehr, sehr einfach zu machen, das hier in einem Befehl alles erzeugen zu lassen. Und zwar schreibe ich hier li mal 5, um 5 Listen-Elemente zu erstellen. Größer, um da drin jetzt noch weitere Elemente zu erstellen, nehme ich jeweils ein Details-Element, das hatten wir ja gerade gesehen. Da drin brauchen wir ein Summary-Element, deswegen größer Summary, und ein Paragraphen. Deswegen schreibe ich plus p. So, und jetzt drücke ich hier Tab, ja, und mit Emmet wird jetzt das erstellt, was ich hier links schon in der Vorschau sehe, ja, ohne irgendwas hier groß eintippen zu müssen, ist das bereits alles da, was ich brauche. So, die eigentlichen Fragen kommen jetzt also jetzt hier in diese Summary-Tags rein und die Antworten kommen jetzt in die Paragraphen rein. Und die Antworten, das ist jetzt Dummy-Text, aber die Fragen, das sind sozusagen Fragen, die man auf einer FAQ-Seite von Kopfhörern sehen könnte. Und das werde ich jetzt hier einfach mal reinkopieren, weil das ist ja einfacher Text. Okay, ich habe die Fragen und die Pseudo-Antworten jetzt hier mal eingefügt, also jeweils im Summary die Frage und im Paragraph dann halt die Antwort. Und das sorgt dafür, dass, wenn ich jetzt auf diese Frage hier klicke, dass die Antwort eingeblendet wird. Und wenn ich nochmal darauf klicke, auf die Frage, dann wird sie wieder ausgeblendet, die Antwort, ja. Und dieses Styling hier, das kommt ja dadurch, weil ich hier gerade eine Unawned-List gemacht habe. Das heißt, deswegen werden diese Bullet-Points hier noch angezeigt. Das heißt, Aufgabe des CSS wird es jetzt unter anderem sein, die auszublenden und das noch schöner aussehen zu lassen. Okay, und dafür stellen wir mal eine neue Datei. Die nenne ich mal style.css, wie üblich. Und die muss ich natürlich in meiner HTML-Datei jetzt hier verlinken. Also das war auch wieder eine Emmet-Abkürzung, Link-Doppelpunkt-CSS erstellt mir automatisch diese Zeile hier. Dann wird also die CSS-Datei style.css eingebunden. Und dann kann ich jetzt wieder den File-Tree schließen und mich jetzt hier vollends auf die CSS-Datei konzentrieren. Und was ich halt immer mache, ist dieser übliche CSS-Reset, also alle Margins und Paddings auf 0 setzen und Box-Sizing auf Border-Box. So, das heißt auch insbesondere, dass wir jetzt die Bullet-Points nicht sehen, weil die sozusagen außerhalb des Buddys gerade sind. Also die sind nicht weg, aber man sieht sie einfach nicht. Kann ich ja zum Beispiel mal zeigen, wenn ich jetzt mal das ein bisschen nach rechts verschieben sollte, dann sind sie wieder da. Okay. So, was will ich hier erstmal machen? Ich will, dass der Buddy eine schönere Schriftfamilie hat. Zum Beispiel die hier. Dann vergrößen wir dir noch die Line-Height, also die Zeilenhöhe. Dann soll der Buddy mindestens mal so groß sein wie der Viewport. Und die Schriftfarbe soll nicht schwarz sein, sondern dieses sehr, sehr dunkle Grau. Das sieht dann manchmal noch ein bisschen eleganter aus. So, dann haben wir alles hier in unserer HTML ja in eine Section gepackt. Das ist thematisch ganz passend, weil das ist ja ein Abschnitt, diese FAQs. Und da sagen wir mal, dass der maximal 540 Pixel bereit sein soll, dieser Abschnitt. Und wir wollen das zentrieren. Das können wir machen mit Margin Zero Auto. Das heißt, oben und unten 0, aber links und rechts Auto. Das heißt, dann berechnet das CSS so, dass es genau in die Mitte gepackt wird. Ja, also das sieht jetzt nicht ganz so aus, als ob es in der Mitte ist, aber das kann ich ja mal zeigen. Wenn ich jetzt hier einen Border hätte von einem Pixel, dann sieht man, dass es genau in der Mitte gerade, bloß halt, dass der Text halt nicht hier bis zum Rand geht. Deswegen sieht das so aus. So, lassen wir den Rahmen ruhig noch mal kurz. Und zwar sollte man immer hier ein Padding machen, damit der Text nicht direkt hier am Rand dran ist. So. Okay, dann noch unsere Überschrift. Die soll natürlich mal zentriert sein. Text Align. Dann geben wir mal ein Padding. Um und unten von 20 Pixel. Hier will ich mal Arial als Schriftfamilie nehmen. Das sieht ein bisschen besser drin aus, finde ich. Also vor allem, wenn man jetzt die Schriftgröße noch vergrößert. Das ist nochmal so richtig groß. 46 Pixel. Und das soll aber nicht ganz so fett sein. Sagen wir mal 500 nur. Das ist ein bisschen dünner. Und wir können mit Letter Spacing die Buchstaben noch ein bisschen weiter auseinanderrücken. Okay, kommen wir mal zu unserer Liste, wo die ganzen Fragen drin sind. Das ist ja ein UL hier. Und um diese Bullet Point zu entfernen, kann man einfach ListDialTypeNone hier eingeben. Dann sind die weg. Das ist schon mal gut. So, die Listen im Ende, da möchte ich, dass die einen gewissen Abstand, einen gewissen inneren Abstand voneinander haben. Sagen wir mal oben und unten 25 Pixel. Ja. Und außerdem möchte ich, dass die so eine Linie noch haben. Damit man die ein bisschen besser voneinander unterscheiden kann. Also Border Top, sag ich mal 1 Pixel. Und wieder so ein sehr dunkles Grau. Also ich mache das jetzt auf schwarz mit so einem gewissen Transparenzwert hier. Okay. Ich glaube, die rote Linie, die stört jetzt langsam. Die entferne ich mal. So. Okay. So. Dann muss ich ja auch noch hier eine Linie ganz unten machen. Und das heißt, ich wähle das letzte Listen-Element an mit li, Doppelpunkt. Das ist jetzt so eine Pseudoklasse. Last Child. So. Das kann ich jetzt, also ich kann es ja mal zeigen. Das kann ich zum Beispiel rote Farbe nehmen. Das heißt, damit kann ich jetzt das letzte Listen-Element stylen. Was ich aber hier machen will, ist einfach diesen Rand hier zu übernehmen, aber den noch nach unten zu packen. Also Border Bottom. Ja. Und dann habe ich also jetzt hier diese Umrandung hier von allen Fragen. Oben und unten. Nur mal so, um das zu veranschaulichen. Angenommen, ich hätte das hier bei allen Listen-Elementen gemacht, dann wäre das nicht so schön, weil da wären nämlich die inneren hier doppelt so stark. Und das wollen wir ja nicht. Deswegen machen wir das nur bei dem letzten hier. Okay. Und jetzt stylen wir mal unsere Fragen. Das sind ja genau die Summary-Elemente. Und da möchte ich jetzt eben dieses Dreieck ausblenden, weil das auch in allen möglichen Browsern anders gestylt wird. Das ist ein bisschen unpredictable. Deswegen List-Style-Type-None. Also es ist derselbe Fehl wie bei diesen Listen-Elementen hier. So, dann möchte ich die größer machen. Sagen wir mal 22 Pixel. Cursor-Pointer ist ganz praktisch, damit der User weiß, dass der da draufklicken kann jetzt hier, wenn ich drüber habere. Dann sehe ich das, dass man da was machen kann. Okay. Und ich ändere jetzt noch so ein bisschen die Schriftstärke auf 500. Ja. Ist noch ein bisschen deutlicher. Dann hebt sich das gleich noch ein bisschen von der Antwort ab, die dann eben nicht diese starke Schriftstärke hat. So, wenn ich drüber habere, will ich eine andere Farbe haben. Zum Beispiel Royal Blue. Und damit das halt einen gewissen Übergang hat, sage ich halt hier Transition. Da habe ich einen Übergang auf der Farbe. Und der geht 100 Millisekunden lang und die Zeitfunktion ist linear. Das heißt, wenn ich jetzt drüber havere, gibt es halt diesen Übergang. Also, merkt man natürlich nicht so bei 100 Millisekunden. Jetzt sieht man das schon eher, ne? Aber bei 100 Millisekunden ist das trotzdem so, dass es irgendwie schöner aussieht. Also, da lohnt es sich wirklich bei diesen Hover-Effekten mal ein bisschen herum zu experimentieren, ob es da vielleicht nicht manchmal besser ist, so eine Transition zu haben. Weil wenn das sozusagen sofort ist, dann, ja, ich weiß nicht, da geht irgendwas verloren im Design. Also, genau. Das finde ich jedenfalls eleganter so. Okay, und jetzt sagen wir die Antwort. Das ist ja gerade mein Paragraph, der direkt in diesem Details-Element drin ist. Also, der direkte Child. Also, kein Element, was irgendwo da drin ist, sondern direkt da drin ist. Als Kind. Ich weiß nicht, ob man Kind sagt, aber im Englischen sagt man immer Child zu diesen Elementen hier. So, die Schriftgröße wollen wir ein bisschen größer machen. Also, statt 16, sagen wir mal 18 Pixel. Und jetzt ist hier so ein bisschen das noch gedrängt hier. Deswegen gebe ich diesen Paragraph jetzt noch ein Padding. Liegt ja auch daran, dass wir unsere Paddings auf 0 zurückgesetzt hatten. Sagen wir mal, oben 10 Pixel. Also, das geht jetzt so oben, rechts, unten, links. Die Abfolge der Zahlen. Das heißt, ich will oben 10 Pixel haben. Rechts will ich 0 Pixel haben. Unten 10 Pixel. Und links 20 Pixel. Also, links ein bisschen mehr, dann ist das so schön eingerückt. Und ich finde, das ist ein ganz cooler Effekt, um halt hier auch so ein bisschen deutlich zu machen, ja, das ist die Frage und das ist sozusagen die, ja, untergeordnete Antwort. So, das unterstützt so ein bisschen die Lesbarkeit, finde ich zumindest. Und was man auch nochmal machen kann, ist die Schriftfarbe so ein bisschen gräulicher zu machen, weil das sorgt dafür, dass die Frage noch mehr in den Vordergrund gerückt hier. Und die Frage so ein bisschen, also sie ist ja immer noch lesbar, aber sie rückt so ein bisschen in den Hintergrund. Und genau, das passt so ein bisschen zur Priorität dieser Elemente hier. Okay, jetzt möchte ich noch eine kleine Animation hinzufügen, und zwar, dass dieser Text hier so von links nach rechts rein gefadet wird bei der Antwort. Und dazu müssen wir erstmal wissen, wann ist diese Antwort überhaupt geöffnet. Also, wann hat dieses Details-Element das Attribut open, ja? Das ist halt das Attribut, was von dem Browser hinzugefügt wird, wenn wir dieses Element öffnen. Ich kann es ja mal zeigen, zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, okay, die Farbe soll orange sein, so. Also, das heißt, immer wenn es geöffnet wird, wird jetzt hier die Farbe, okay, ich mache die mal kurz weg, wird die Farbe hier orange gemacht, und wenn es aber geschlossen wird, ist es wieder das, was es vorher war, also mein dunkelgrau. Das heißt, mit diesem Selektor hier kann ich jetzt also die Elemente stylen, oder beziehungsweise die Antworten stylen, die geöffnet sind. Und ich möchte das so machen, dass ich hier meinen Paragraf anwähle, und da füge ich jetzt eine Animation hinzu, mit Animation-Doppelpunkt, und die nenne ich mal Fade-In, ja, kann ich nennen, wie ich möchte, und die soll 400 Millisekunden lang gehen, und die Zeitfunktion ist Ease-Out, das heißt, dass sie ein bisschen schneller anfängt, aber sich dann verlangsamt zum Ende hin, und das passt hier ganz gut, finde ich. So, und wir erstellen jetzt hier eine Animation mit Add Keyframes, der Name ist ja Fade-In, und jetzt müssen wir sagen, von welchem Zustand aus, in welchen Zustand das hinein animiert wird. Ja, und wir starten bei einer gewissen Verschiebung nach rechts, das können wir also mit einem Transform-Befehl machen, Translate X, und jetzt nach wie viel Pixel wir das verschoben haben, also, sagen wir mal, um 6 Pixel nach links. Und außerdem sagen wir, dass das Opacity 0 hat, das heißt, nicht sichtbar ist, und am Ende soll es aber sichtbar sein, und wieder die ursprüngliche Position haben, das heißt, Transform ist dann Translate X 0 Pixel, und Opacity ist dann 1. So, das bedeutet, wenn ich jetzt hier das öffne, dann wird das so schön reingefadet von links. Also, es kommt sowohl, ich mache das mal ein bisschen größer hier, 60 Pixel, und mache das mal ein bisschen langsamer, damit das so ein bisschen deutlicher zu sehen ist. Das heißt, es kommt von links so reingefahren hier, und es wird auch eingeblendet, ne? Am Anfang ist es halt nicht sichtbar, am Ende ist es sichtbar. So, aber diese Werte waren jetzt ein bisschen übertrieben. Also, ich denke, das ist eine ganz gute Idee, das hier auch nicht so übertrieben zu machen, sondern eine ganz kleine Verschiebung, das sieht einfach ziemlich cool aus, finde ich. Okay, so, und was jetzt noch fehlt, ist, also ich zeige mal das kurz in diesem fertigen Projekt, diese Elemente hier, diese Pfeile, ja, die halt andeuten, das, was wir ja schon ursprünglich hatten, dass man das hier öffnen kann. Und wenn es geöffnet ist, dass es sich auch hier so dreht. Okay, und dafür benutzen wir eine Vektorgrafik, die ich jetzt hier schon mal im Internet befunden habe, ja, einfach nach Icons suchen, und das ist halt hier dieses Icon, das ist ein SVG in diesem Fall. Das steht für Scalable Vektorgrafik, also eine skalierbare Vektorgrafik, und die eignen sich halt hervorragend, um solche Icons hier einzufügen. Und dazu muss ich jetzt die noch in meiner HTML hinzufügen. Und zwar immer hier, in jedem Summary ergänze ich noch ein Bildelement, und die Quelle ist gerade mein, also wie ist das hier, caret.svg, also caret.svg, und das Alt könnte zum Beispiel sein Icon to show question oder to show answer. Und das füge ich jetzt hier mal noch bei allen Summaries ein. So, das ist natürlich noch nicht so richtig gut aussehend, und das müssen wir jetzt in unserem CSS hier machen. Und zwar gehen wir hier mal hier bei unserer Summary rein, beziehungsweise danach, und erstellen eine Klasse für das Bild in dem Summary-Element. Das ist ja genau das, was wir gerade hinzugefügt haben. Und wir sagen erst mal, es soll ein bisschen kleiner sein, sagen wir mal 22 Pixel breit. Das sieht ja schon mal viel besser aus. Und damit das jetzt halt flippt, wenn ich die Frage hier öffne, kann ich folgendes machen. Ja, ähnlich wie hier, ich wähle halt den Zustand aus Details Open, wenn die geöffnet sind. Dann wähle ich mein Summary an, da drin, also ich könnte das zum Beispiel auch so machen, das ist in diesem Fall egal, und da drin halt gerade mein Bild. Und da sage ich jetzt, Transform Scale Y-1. Das sorgt dafür, dass das halt in Y-Richtung einmal gekippt wird. Und das ist genau das, was ich haben möchte. Also, wenn ich jetzt hier raufklicke, zack, dann ist es nach oben gespiegelt worden. So, das ist aber noch relativ plötzlich und dafür kann ich jetzt hier reingehen und noch eine Transition hinzufügen. Also, Transition Doppelpunkt und das bezieht sich jetzt auf die Transform Eigenschaft. Und da sagen wir mal, das soll ruhig ein bisschen langsamer sein, sagen wir mal 250 Millisekunden und die Zeitfunktion sei linear. Ja, so, dann sieht das so aus, ne? Eine schöne Animation. Genau. Okay. Und jetzt möchte ich das noch ein bisschen besser hier alignen, also anordnen. Zum Beispiel ist das nicht wirklich hier in der Mitte vertikal gesehen, dieses Bild. Und das können wir machen, indem wir diese Summary hier zu einer Flexbox machen. Ach so, und dieses Icon sollte natürlich auch ganz rechts sein. Das ist es auch noch nicht. So, das heißt, ich mache das jetzt erstmal zu einer Flexbox, meine Summary. So, hat jetzt noch nicht so viel Effekt. Aber ich kann jetzt hier sagen, zum Beispiel justify content a space between. Das sorgt dafür, dass die Elemente jetzt horizontal sozusagen in die Ecken gepackt werden, wenn es zwei sind. Wie in diesem Fall, ne? Einmal dieser Text hier und dann dieses Bild. Das heißt, der Text ist linksbindig und das Icon ist rechts. Genauso soll es aussehen. Und dann haben wir hier noch jetzt eine vertikale Positionierung mit align items center. Da sind die halt genau in der Mitte. Es gibt hier noch so ein Issue, wenn ich jetzt zum Beispiel hier dieses Element aufmache, ja, dann wieder zumache und dann nochmal aufmache, dann wird die Animation nicht mehr gespielt, ne? Dann wird der Text hier sofort bei seinem ursprünglichen Zustand hier eingeblendet. Also, der wandert nicht mehr nach rechts. Und woran liegt das? Naja, wir haben ja hier gesagt, okay, wenn du das hier öffnest, dann spiele halt diese Animation ab. Aber das Ding ist, diese Animation wird halt nicht nochmal abgespielt, weil sie ist ja schon da. Also, insofern, um das zu machen, bräuchte man schon JavaScript, ja? Indem man einfach Klassen hinzufügt und in dieser Klasse steht halt diese Animation drin. Und wenn die Animation fertig ist, wird die Klasse wieder entfernt. Ich wollte aber jetzt zeigen, was man ohne JavaScript machen kann, deswegen zeige ich das jetzt nicht. Außerdem ist es übrigens so, dass es nur in Chrome hier diesen Fehler, in Anführungsstrichen, hat. Also, in Firefox wird die Animation immer wieder abgespielt. Und was natürlich auch schön wäre, ist, dass dieses Ausfahren hier vertikal animiert wird. Das heißt, ich lade es mal neu, also, dass hier nicht sofort die Frage sozusagen ganz in der Höhe ausgefahren wird, sondern auch so nach unten ausgeblendet wird, der ganze Bereich. Und das kann man ja theoretisch machen, indem man die Höhe animiert, aber wir wissen ja nicht, wie hoch das Element ist. Und man kann halt nicht nach Hide Auto animieren in CSS. Deswegen geht das nicht. Also, dafür bräuchte man dann auch wieder JavaScript, um das zu machen. Aber gut, also wie gesagt, das kann man hier zumindest schon mal mit reinem HTML und CSS machen. Alright, kommen wir zur zweiten Anwendung. Die werde ich ein bisschen kürzer besprechen. Also, ich werde nicht mehr den ganzen Inhalt hier stylen, ja, aber nur noch die Funktionalität so ein bisschen erklären. Also, wir wollen ja dieses Hamburger Menü hier bauen, was immer auf der Seite oben links fixiert ist. Und wenn man draufklickt, dann werden die Optionen eingeblendet hier. So, um das zu machen, habe ich hier schon mal zwei Vektorgrafiken hier runtergeladen. Einerseits für diese drei horizontalen Striche und andererseits für das Kreuz, was halt eingeblendet wird, wenn ich da draufgeklickt habe hier. Okay, so. Und machen wir also wieder unser Details-Element. Und da drin brauchen wir also ein Summary-Element. Das lassen wir jetzt aber tatsächlich mal leer, weil das werden wir jetzt mit diesem Icon gleich mit einem Hintergrund-Element füllen. Und was da reinkommt, ist also ein Menü. Und da kommen drei Listen-Elemente rein. Das können wir so machen mit Emmetli mal 3. Tab, wenn die erstellt. Und da kann ich jetzt hier Home reinschreiben, Portfolio, About. Ja, und da könnte man jetzt noch diese Texte hier verlinken auf irgendwelche Abschnitte auf der Seite. Also das findet ihr natürlich auch nochmal dann im Code in der Videobeschreibung. So. Und das heißt, wir sehen jetzt hier nur diesen Pfeil. Ja, und da wird jetzt hier dieses Menü hier aufgeklappt. Und das müssen wir jetzt stylen. Das heißt, wir fügen wir eine CSS-Datei hier hinzu. Und was wir als erstes mal machen, vielleicht doch nochmal irgendeinen Text hier hinzuzufügen. Sagen wir mal Main. Und ich schreibe jetzt mal irgendwelche Paragraphen mit Lorem-Text. So. Machen wir hier so ein bisschen Text, den wir sehen. Und jetzt hier in der CSS mache ich mal den üblichen Reset. Also Margin 0, Padding 0, Box Sizing of Border Box. So. Unser Details-Element, das muss jetzt immer oben links zu sehen sein. Das heißt, wir sagen Position ist Fixed. Und außerdem Z-Index 10 oder irgendeine andere große Zahl, ja, auf jeden Fall höher als alle andere Z-Indizes, die man so verwendet hat, damit das halt auf jeden Fall immer oben zu sehen ist, über allen Elementen drüber. Ich kann es ja mal zeigen, wenn ich jetzt zum Beispiel das eine feste Größe hätte hier. So, dann ist das also immer, ja, ich glaube, ich brauche noch mehr Text hier. Ich kopiere das jetzt einfach mal hier nochmal. So, wenn ich jetzt scrolle, ist das also immer oben zu sehen, egal, wo ich gerade hier bin, ja. Also das ist jetzt unser Details-Element. So, das war jetzt aber nochmal für Demonstrationszwecke. So, und dann will ich noch ein bisschen Padding haben, damit der Hamburger nicht direkt da am Rand ist. So, jetzt kommen wir zum Summary-Element, ja. Ja, und dem geben wir halt ein Hintergrundbild. Und das wäre ja in unserem IMG-Ordner. Und dann bars.svg. So. Und das soll sich nicht wiederholen. Okay. Ja, und dann wollen wir dieses Dreieck da wegbekommen. Das können wir wieder mit list-style-type-nun machen. So. Aber jetzt sieht man das nicht, weil es halt kein Inhalt hat. Das heißt, ich kann jetzt noch sagen, okay, das ist halt 20 Pixel breit und 20 Pixel hoch. So. Und jetzt sieht man den Hamburger auch wieder. Okay. So. Und Cursor-Pointer ist natürlich gut, damit ich wieder weiß, dass ich da draufklicken kann. So. Okay. Und jetzt kann ich halt sagen, wenn ich das Menü geöffnet habe, also Details-Open wieder, ja, dann soll das mal mindestens 200 Pixel breit sein. Dann will ich es auch sehen können, schön. Das heißt, ich gebe dem mal eine Hintergrundfarbe von weiß. So. Einen schönen Schatten, ja. Das macht nochmal ein bisschen grafisch was her. Also 15 Pixel Streuradius dann, so. Dann sieht das so aus. So sieht man hier den Schatten hier. Und das hat eine weiße Hintergrundfarbe. Und dann wollen wir ja das unten rechts ein bisschen abrunden. Das geht mit Border, Bottom. Und jetzt kann ich hier ein bisschen nach unten scrollen, ja. Border, Bottom, Right, Radius. Sagen wir mal 15 Pixel. So, dann ist das hier schön abgerundet. Okay. Und Padding sieht man hier auch schön. Dann ist das nicht direkt hier am Rand. Und, ja. Das Bild wollen wir ja ändern. Und das können wir jetzt so machen, indem wir halt den Open-Zustand wieder haben. Da drin das Summary. Und da hatten wir ja gerade das so gemacht mit einem Hintergrundbild. Und das ändere ich jetzt halt gerade einfach. So. Und zwar auf meinen Times. So war das, glaube ich, genannt. Genau. Das heißt, wenn das Menü ist auf ist, dann habe ich hier dieses Bild. Wenn es zu ist, dann habe ich wieder das andere Bild hier. Okay. Ja, und jetzt könnten wir dann die Listen-Elemente noch stylen. Zum Beispiel Style None und Margin. So, damit die ein bisschen weiter auseinander sind hier. Ja, ja. Also, genau. Aber darum soll es jetzt hier nicht gehen. Ich wollte einfach nur zeigen, dass man jetzt mit diesem Details-Element auch tatsächlich auch so ein Hamburger-Menü machen kann. Und das heißt, es ist vielseitig einsetzbar. Also, wenn immer man irgendwas aufklappen möchte, dann kann man das damit realisieren. Und übrigens sogar GitHub auf ihrer Seite. Ich gehe mal kurz auf GitHub. Genau. Wieso nicht da? Hier hat man ja ganz viele solche Aufklappen-Menüs. Also, so was hier. Und das machen die auch alles mit solchen Details- und Summary-Elementen. Insofern, das ist jetzt nicht irgendein obskures Feature oder so. Nee, das wird schon vielfach verwendet. Und ich finde, das ist ein super Beispiel dafür, wie man eben die Interaktivität von Webseiten herstellen kann, auch ohne JavaScript zu benutzen. Okay, weitere Infos gibt es wie immer zum Beispiel bei MDN oder W3-Schools bei dem entsprechenden Artikel hier über das Details-Element. Da kann man sich das alles nochmal anschauen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis dann. Ciao.